Du bist Inhaber oder Mitarbeiter in einem Startup und du möchtest in den Markt der USA eintreten oder in einen südostasiatischen Markt eintreten und suchst Fördermittel? Nun, dann bist du heute hier richtig bei dem Förderprogramm German Accelerator. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Gruppe-Instituts für Gründung, Finanzierung, für Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe von Unternehmen dabei, die richtigen Fördermittel zu finden, aber auch zu beantragen und richtig einzusetzen. Heute geht es darum, wie du expandieren kannst, wie du heute in andere fremde Märkte eintreten kannst und die Voraussetzungen hierfür, die kann ich dir nun zeigen. Kommen wir nun zu den Voraussetzungen zur Beantragung, zur erfolgreichen Beantragung des Programms German Accelerator. Eine Voraussetzung ist, dass du zugehörig bist entweder zu den sogenannten Tech Science, also alles, was mit Informations-, Kommunikationstechnologie oder anderen technischen Verfahren und Wissenschaften zu tun hat. Eine zweite Möglichkeit ist, dieses Programm zu beantragen, dass du in der Life Science-Branche tätig bist. Das kann also Biotechnologie sein, die Medizinbranche, das kann aber auch mit Lebensmitteln und Agrarwissenschaften zu tun haben. Eine wichtige weitere Voraussetzung ist, dass hohe Potenzial dafür, dass es ein Wachstumsmarkt ist und dass die Möglichkeit vorhanden ist, international zu expandieren. Nun, was wird gefördert? Als erstes werden die gesamten Aufenthalts- und Reisekosten gefördert von bis zu zwei Personen über drei bis neun Monate. Weiterhin wird die Überprüfung deines Businessplans gefördert, deines Konzepts, mit dem du dann international expandieren möchtest. Weiterhin kriegst du noch Coaches und Berater, die dich begleiten. Auch diese Kosten werden von diesem Förderprogramm übernommen. Auch werden die Bürokosten übernommen, die in dieser Zeit entstehen. Weiterhin wird dir über dieses Programm auch ein Kontakt hergestellt. Auf der einen Seite zu potenziellen Kunden, auf der anderen Seite aber auch zu Kompetenz- und Know-how-Trägern, also Menschen, die über ein hohes Maß an Expertise verfügen, das für deinen wirtschaftlichen Erfolg relevant sein kann. Und als weiteres Highlight bietet dir dieses Programm auch einen guten Zugang zu Ressourcen an. Und zwar auf der einen Seite zu finanziellen Ressourcen, mit denen du dein Vorhaben der Expansion finanzieren kannst, und aber auch zu fachlichen Ressourcen, also zu Kontakten, Informationen, Zulassungen stellen. All das wird in diesem Programm mitgefördert. Bist du mit deinem Unternehmen in den Tech-Science-Gebieten angesiedelt, nun, dann wird dich deine Reise nach San Francisco bringen oder nach New York. Bist du mit deinem Unternehmen, mit deinem Start-up angesiedelt in den Life-Science, dann wird dich über GLS deine Reise bringen nach Cambridge in Boston. Und wenn du mit deinem Tech-Unternehmen nach Südostasien expandieren willst, nun, dann läuft das unter dem Untertitel GASEA, German Accelerator für Südostasien. Wenn du Fragen haben solltest zur Beantragung dieses Förderprogramms, nun, dann kannst du gerne jetzt den Gutschein runterladen für ein kostenfreies Erstgespräch. Und das Team der X-Group mit über 40 Beratern steht dir dann auch zur Beratung zur Verfügung. Gerne kannst du aber auch den Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Dein Daniel Schäfer Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.